und da sind wir wieder mit Kletterschleim Kletterschleim ja Kletterschleim habe ich auch wenn ich Erkältung habe dann klettert der Schleim auch von den Bräunchen in den Hals und noch sonst wohin im Prinzip ganz simpel dieses Schleimwasser Zeugs mit diesem Piranha Fichtchen steigt unermüdlich nach oben wie ihr jetzt sehen könnt und wenn ich da ein Falle schnappt böser Piranha nach mir das ist nicht so gut also entweder macht mich das Level nervös oder ich war wieder irgendwie unkonzentriert naja auf jeden Fall ist auch egal ich hab diese Level als Kind irgendwie gepackt und dann werde ich es auch diesmal packen das ist übrigens so ein Trick wenn ihr die KK habt äh die KK sei schon Didi wenn ihr da irgendwelche Fässer findet könnt ihr sie so vor den vor den Kopf halten hätte ich meiner gesagt vor den Bauch halten das wirkt wie ein Schutzschild das war sehr praktisch los weg weg wo 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 ah das war scheiße da egal so lang kann es nicht mehr sein hier da er wollte der Freund hoch da immer weiter immer weiter Los, Runde. Weg. Lasst mich alle nur... Hey, hallo. Hey, ich bin hier hoch. Oh, meine Nerven. Das war klar. Sieht einfach aus, gebe ich zu. Aber... Schwer wie die Sau. Weg, 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 weg. Und der Schleim steigt. Seht ihr, genau das passiert. Wenn man in diesem Schleimwasser untergeht, man kriegt einen auf den Deckel. Von diesem Fisch. Ai, ai, ai. Piranha, Entschuldigung. Pardon. So, zweiter Anlauf. Wir waren ja schon relativ weit gekommen. Die Betonung liegt auch wahr. Ja. Genau, es ist zum Heulen. Also noch ein Anlauf. Diesmal werde ich mich hoffentlich besser anstellen. Ich verheizte jetzt so ein bisschen mein extra Leben. Weil, ehrlich gesagt, bei so Levels ist es ganz schön schwer, ein Safe-Set hinzukriegen. Ich bin da ehrlich gesagt so faul, mir die Shortcuts anzueignen. Schon allein, weil ich mit beiden Händen spiele. Das ist dann schon schwierig. Während dem Steuern auch noch irgendwie da die Kontrolle zu vernachlässigen. Ich bin da nicht so schwer, 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 ich bin da nicht jahre heute die Brüder für die Schütze in der Nähe ich muss eigentlich aufhören und nun gut Kletterschleim überstanden jetzt kommen wir zur Affen-Action ich weiß gar nicht mehr was da alles so ist, egal, gucken wir uns im nächsten Video an bis dann